Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 53 Jahren wurde die Westautobahn in Niederösterreich mit dem Teilstück am Stettenhag fertiggestellt. Die Westautobahn, auch A1 genannt, war die größte Baustelle Österreichs. Sie war die erste in Österreich gebaute Autobahn und erstreckt sich über 292,4 Kilometer von Wien über St. Pölten und Linz zum Walserberg in Salzburg. Damit gilt sie nach der Südautobahn, auch A2 genannt, als die zweitlängste Autobahn in Österreich. Der erste Spattenstich erfolgte 1938 bei Salzburg. Die Wiederaufnahme bzw. Weiterführung der Bauarbeiten war erst nach dem Krieg möglich. Ursprünglich sollte die Westautobahn mit einer geplanten Wiener Gürtelautobahn beim Knoten-Gaudenzdorf beginnen, dieses Projekt wurde jedoch wieder verworfen. Bis 1961 waren damals drei Milliarden Schilling aus dem außerordentlichen Staatshaushalt für das Projekt budgetiert. Im Rahmen der Bauarbeiten mussten Millionen Kubikmeter Geröll abgetragen werden. Allein zwischen Steinhäusl und Großrahm im Bezirk St. Pölten galt es 1,2 Millionen Kubikmeter Geröll zu beseitigen. Rund 3000 Arbeiter waren während der gesamten Bauarbeiten im Einsatz. Die Teilstücke der Westautobahn wurden einzeln nach der Fertigstellung eröffnet. Die A1 ist die wichtigste West-Ost-Verbindung im österreichischen Straßennetz. Die stark befahrene Autobahn ist zwischen Wien und Linz größtenteils sechsstreifig ausgebaut. Der internationale Transitverkehr wird heute ab St. Pölten bzw. Knoten-Steinhäusl über S33 S5 A22 bzw. A21 S1 um Wien herumgeleitet. Das Verkehrsaufkommen auf der Westautobahn betrug vor fünf Jahren 70.000 Fahrzeuge pro Tag. Rettungseinsätze auf der Westautobahn können eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte bedeuten, wie etwa Ende Oktober dieses Jahres, als ein Hühnertransport, beladen mit 1700 Tieren, bei Ansfelden während der Fahrt zu brennen begonnen hatte. Die Westautobahn war infolgedessen für die Dauer von mehreren Stunden nur einspurig befahrbar. Der Frühverkehr verschärfte den Stau. Die Westautobahn. Die meisten denken beim Befahren dieser Autobahn nicht an die Mengen von Metall, Asphalt und Farbe und die immense Arbeitszeit, die für deren Errichtung erforderlich waren. Dieses Bauwerk wird oft als selbstverständlich gesehen. Dabei, die Westautobahn ermöglicht durch den Warentransport unseren Alltag. Und die Westautobahn verbindet Orte und Menschen. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.